Clusterland Award 2017 Kategorie Das beste Kooperationsprojekt im Bereich Qualifizierung, Prozess und Organisationsinnovation Forschungskompetenz Getränketechnologie Bei dieser Qualifizierungskooperation arbeiten Obst- und Gemüsesaftproduzenten zusammen, die am Markt Mitbewerber sind. Hier kooperieren sie, um sich gemeinsam das aktuellste Know-how anzueignen. Von der Produktentwicklung bis zum Lebensmittelrecht und von der Sensorik bis zur Trendforschung. Qualifizierungsseminar Brautech Die Ausbildung zum Brauer ist in Österreich ein Lehrberuf. Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es so gut wie keine. Das soll sich durch dieses Kooperationsprojekt ändern. Ziel ist es, eine Weiterbildung im universitären Rahmen anzubieten und damit ein österreichweit einzigartiges Angebot zu schaffen. E-Mob-Train – E-Mobilitätstraining Mit diesem Qualifizierungsprogramm soll möglichst vielen verschiedenen Berufsgruppen eine E-Mobilitätsweiterbildung angeboten werden. E-Mob-Train ist als berufsbegleitender E-Learning-Kurs konzipiert und kann ohne Vorkenntnisse in diesem Bereich absolviert werden. Mehrgeschossiger Holz- und Hybridbau Großvolumige, mehrgeschossige Holz- und Hybridbauten sind ohne zusätzlichen Wissenstransfer für viele kleinstrukturierte Holzbauunternehmen schwer umsetzbar. Dieses Qualifizierungsprojekt setzt genau an diesem Punkt an. Es geht um Know-how-Transfer und Netzwerkaufbau, um den Entwicklergeist anzuspornen und das Innovationspotenzial der Partner zu heben. köson feasfol dest Talen Vielen inmiddel, 열azer Aunders Smartًa Die Region cleanse es Wir Du